Wie ist das? Glauben Sie an Spuk und Poltergeister? An okkulte Erscheinungen? Oder vielleicht an Warträume und Visionen und an zweites Gesicht? Nein? Sie halten sicher auch Hellseher und Gedankenleser und Zukunftsdeuter für Betrüger, nicht wahr? Man weiß nicht so recht, wie das eigentlich gemacht wird und wie das bei diesen Leuten funktioniert. Und was wir uns nicht erklären können, was außerhalb unserer fünf Sinne liegt, das erschreckt uns natürlich, macht uns ängstlich. Und lässt uns schließlich ungläubig zweifeln. Zu diesen Phänomenen gehört übrigens auch die Telepathie. Die Übertragung von Gedanken, von Worten und Bildern, von Mensch zu Mensch, ohne Sprache und Schrift, ohne technische Hilfsmittel, auch über große Entfernung. Aber dass jetzt ein Bild auf Ihrem Fernsehgerät erscheint, das wundert Sie nicht. Sie wissen ja, wie das funktioniert. Etwas Strom, eine Antenne auf dem Dach, elektromagnetische Wellen, auf der einen Seite ein Sender, auf der anderen ein Empfänger. Ein unfassbares Wunder. Denn elektromagnetische Wellen sind ja nicht fassbar, greifbar. Sie liegen außerhalb unserer Sinneswahrnehmung. Ähnlich wie die außersinnliche Wahrnehmung von Telepaten, Propheten, Hellsehern, die Kraft der Psychokinetiker. Erfahrungen, die die Menschen schon seit Urzeiten machen. Wir haben uns mit mehr oder weniger großem Erfolg die Erde untertan gemacht, ein winziges Fleckchen Mond erobert. Wir haben gewisse Vorstellungen von diesem unendlichen Universum, das uns umgibt. Und auch von jener mikrokosmischen Welt der Atome, aus denen das alles und auch wir aufgebaut sind. Aber bestimmten Fähigkeiten unseres eigenen Gehirns stehen wir etwas fassungslos gegenüber. Denn offenbar geht tatsächlich eine Kraft von ihm aus. Eine für uns noch unbekannte Kraft, die unabhängig von Raum und Zeit auf andere Gehirne einwirken kann. Aber auch auf die scheinbar tote Materie. Mit modernen empirischen Methoden versucht nun die Parapsychologie, die Wirkungsweise dieser Kraft wissenschaftlich zu erforschen. Die Psychologen gaben ihr den Namen Psi. Psi, der 23. Buchstabe des griechischen Alphabets. Psi.